Guck mal, hier war das der Benji, oder? Mit den Minen. Wer geht denn mal vor? Ja cool, die Leiche kenn ich ja noch gar nicht hier. Ja, Prellung hab ich am Kopf, oder was? Oh, ich bin hier auf Minen. Ich liege hier immer noch, neben der Leiche. Wie krieg ich denn die Prellung weg? Echt? Jetzt bin ich durch. Oh mein Gott.